Planetarien machen seit 100 Jahren eine virtuelle Realität. Sie wollen den Sternenhimmel möglichst naturgetreu zeigen. Und unser neuer Projektor, der Asterion-Sternenprojektor, der macht das in einem Grad, wie das bisher noch nicht bekannt war. Es ist ein so täuschend echter Anblick des Sternenhimmels, bedingt durch die modernen Projektionsmöglichkeiten. Ein punktscharfer Sternenhimmel, eine naturgetreue Milchstraße, dass man wirklich den Eindruck hat, man sitzt unterm echten Firmament. Das Gerät wurde finanziert von der Landeshauptstadt Potsdam und von drei Brandenburger Landesministerien, die jetzt diesen Asterion-Projektor mit den Full-Dome-Beamern, die noch dazugehören, finanziert haben.